Die Firma AWO ist ein Hersteller von Gewürzen, zum einen das klassische Trockengewürzgeschäft und zum anderen Flüssigmarinaden. Die drei APMs in unserem Unternehmen, die wir seit Inbetriebnahme des neuen Trockenwerkes im Jahre 2010 im Einsatz haben, sorgen mit ihrer Stundenleistung von 18 Containern dafür, dass wir einen reibungslosen Ablauf haben, die Rezepturen sichergestellt werden, die Rückverfolgbarkeit hundertprozentig ist und die Mitarbeiter deutlich entlastet werden. Neben unserer jahrelangen guten Erfahrung, die wir mit Jungheinrich in den übrigen Betriebsteilen haben, führten folgende Gründe zu einer Entscheidung in dem Projekt FTS dazu, dass wir uns aufs Neue für Jungheinrich entschieden haben. Zum einen die Lasernavigation, die uns angeboten wurde, was dazu führt, dass wir auf engstem Raum optimale Wege fahren können. Zum anderen die Kompetenz in der Beratung, in der Projektabwicklung und ganz einfach das innere sichere Gefühl, wir sind gut aufgehoben. Zum anderen die Kompetenz in der Stadt ist. Bis zum nächsten Mal. Die Projektabwicklung mit der Firma Jungheinrich lief reibungslos ab. Die Identifizierung unserer eigenen Mitarbeiter mit den APMs lief in sehr kurzer Zeit ab. Es war eine hohe Präsenz der Kompetenzträger aus dem Hause Jungheinrich und die Ambulationszeit von zwei Jahren konnte eingehalten werden.